halli hallo meine freund und willkommen zu einer neuen folge command conquer tiberium konflikt remastered mit den noch einheiten und wir sind jetzt in level 8 da haben jetzt auch wieder ein ganzes stück eingenommen wir nehmen die untere hälfte die nordforschung hat folgende zusammenhänge ergeben die menschen in den gdi beherrschten gebieten leiden verstärkt unter atemwegsbeschwerden tiberium hat auch erhebliche negative auswirkungen auf positronische gehirne sowie auf das menschliche immun- und fortpflanzungssystem noch unbekannt ist das ausmaß der tiberium schäden an der menschlichen dna nordanalytiker haben berechnet dass innerhalb von drei jahren drei von fünf menschen an tiberium schädigungen leiden werden übertragung beendet bitte warten gut gemacht langsam wirst du wirklich keins liebling wie wäre es was hältst du von einem platz im führungskader von nord du bist doch bestimmt ehrgeizig genug für einen auftrag von ehrfurchterweckenden ausmaßen dein ziel ist dabei so geheim dass nicht einmal kein etwas davon weiß denn die macht wandert schnell in der bruderschaft ich habe mir erlaubt deine einheiten in die staaten zu verlegen kane war immer zu zackhaft um die usa anzugreifen aber ich weiß jetzt ist es zeit und du bist der richtige das hier ist das pentagon ein kompletter frontalangriff mit deinen stärksten einheiten sollte ihr militär ja die macht wandert schneller als mancher glaubt ich bin kein während ich deine truppen aus den staaten zurück beordere möchte ich dass du diesen verlassenen gdi stützpunkt sicher ist sobald du da bist bauwaffen und android und fegt damit die restlichen gdi truppen zusammen herzlichen glückwunsch zur beförderung läuft ja hat er seinen eigenen kommandanten entsorgt in die richtung müssen wir weil ich hasse aufgaben ohne bauhof oder sonst was ja was kommt jetzt ich wollte das schon sagen wir haben gar kein geld geldmittel unzureichend die frage ist jetzt nur wie kommen wir an geld da haben wir einen ingenieur ok der zweite wird gerade gebaut drei stück weil dann müssen wir die erzraffinerie einnehmen damit könnten wir schon zwei stück was hat er denn hier ja komm breche auf breche auf breche auf breche auf schon dabei breche auf breche auf breche auf breche auf breche auf gdi gebäude wurde erobert energieniveau kritisch breche auf breche auf breche auf breche auf breche auf wir benötigen sie los breche auf breche auf breche auf breche auf perfekt dann nehmen wir das jetzt noch ein dann kann ich das hier auch verkaufen machen wir erst ein ding und sammler hier haben wir auch noch tiberium geht klar breche auf jawohl in ordnung unsere basis wird angekommen konstruktion fertig jawohl schon dabei schon dabei wird gebaut breche auf jawohl jawohl geht klar und da rein reparatur läuft konstruktion fertig jawohl wird gebaut in ordnung jawohl 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 konstruktion fertig wird gebaut in ordnung in ordnung bestätigt jawohl jawohl breche auf breche auf schon dabei schon dabei konstruktion fertig da kommt schon wieder einer von oben jawohl so kommen die von da fünf panzer haben wir schon ich würde sagen mit sieben panzer fahren wir schon mal vor und schauen mal was wir hier so an links sind können wo wir hin müssen also tiberium haben wir auf jeden fall schon mal genug bei uns in der nähe hier haben wir die base richten wir erstmal massiven schaden hier an alles egal wird sich nicht verändern nicht verändern aber vermeiden hat er ja unten schon wieder ein turm hingestellt also ich finde die not einheiten ziemlich stark also das echt bestätigt wie sie die kampagne warum ist der kiste einsatz ziel erreicht ja und hier werden wir auch wieder ein folgendes einlegen wir hören uns in der nächsten folge wieder da 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 da